Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Name ist Antonia Schneider und ich bin ein krankes Arschloch. Erzähl uns mal was Neues. Alles fing damit an, dass ich mich verliebt habe. 1927 bis 18. 1927 bis 18. 258. 258. Er hat von Anfang an gewusst, dass ich gestört bin und es hat ihm nichts ausgemacht. Wenn du mit mir ficken willst, dann sag doch einfach. Nein, das ist es nicht ich. Ich will mit dir ficken. Bringt ihr vorher noch einen Kaffee mit mir? Woher kennst du diesen Sascha? Ist doch komisch, dass der Typ plötzlich bei uns auftaucht, sich als Opfer ausgibt. Was findet er? Sag was! Sag was! Sag was! Ich liebe Antonia, aber irgendwann ist Schluss. Haben wir auch noch ein Leben? Du bist eigentlich ein Verstockn, so ein Schluch. Hau aus! Ich kann nichts dafür, dass ich lebe. Hau aus! Du Wichser! Du hast dir Leben zerstört! Weißt du, was das hältst?! Nein! Nein! Nein, nein! 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 Was so wunderbar um die alle trauern können. Wenn wir die überlebt haben, wir sind die Kaputten. Die Arschlöcher, die nichts auf die Reihe kriegen.